Hast du Probleme mit deinem Aussehen? Sehr viele Menschen haben in der heutigen Zeit Probleme mit ihrem Aussehen, was durch extrem retuschierte Modelfotos unter gleichmäßiger Beleuchtung oder perfekt geschminkten Stars in Filmen mit schönen, aber unrealistischen Farb- und Lichtfiltern erheblich verstärkt wird. Mache dir bewusst, dass das, was du da siehst, nicht unbedingt die Realität ist. In echt sehen diese Menschen oft anders aus, besonders im Privatleben, ohne ihrem ganz persönlichen Make-up-Künstler oder Stilberater. Viele verwechseln jedenfalls unbewusst die Filmwelt mit der Realität, auch wenn sie der Meinung sind, dass sie sehr wohl den Unterschied kennen würden. Mache dir auch bewusst, dass Spiegel und Kameras nicht unbedingt die echten Farben und Proportionen von dir wiedergeben. Sie können leicht oder sogar stark von der Realität abweichen. Selbstvertrauen, gute kommunikative Fähigkeiten und ein interessanter Charakter sind ohnehin wichtiger als das Aussehen. Kostümmer, gute kommunikative Fähigkeiten und ein interessanter Charakter,